Servus und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Also in der letzten Folge wurden wir vom Heli beschossen, mussten fliehen und wir haben wieder unseren guten Freund verloren dabei. Die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendetwas zustößt, verdammt noch mal. Okay. Drei Fähigkeitspunkte. Erhöht die Menge an menschengemachter Herstellungsressourcen. Was? Erhalten sie die Fähigkeit Fallgift und Toxin. Erhöht die Chance, seltene Tiere zu finden. Sehen sie Fallen mit Überlebensinstinkten. Neh, immer mit. Sehen sie die Herzen großer Tieren? Ja, nehmen wir auch mal mit. Weiß ich, wo ich hinschießen muss. Wenn ich eine Waffe mal wieder habe. Außenposten, Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was! Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich! Ich versuch's immer so, oder? Wollen das alle? Nur die paar? Mehr schicken die nicht? Okay, da muss ich lang. Verdammt, Männer! Benutzt die Brillen! Findet sie! Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Okay, die werden gleich nach ihm suchen, weil die keine Meldung mehr von ihm kriegen. Diese verdammte Lara Croft! Wir müssen sie aufreißen! Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung und... Halt! Ich muss nachladen! Moment! Das werden wir nicht! Das werden wir nicht in sich! Das bleibt gar nicht, Länder. Das ist dir klar, oder? Ja, ich glaube, ich gehe gerade wieder über Leichen. Ne? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Da ist der Generator. Ja! Ich werde dich erwähnen. Achse Management Facial war. Ja, alles ist einfach zu servieren. Ich mache die besch robb. Aber diesen komfort schuca ant Workers … Lara, bist du okay? War das das, Erdbeben? Ich bin bei einer Hörerfinnerie, hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah, raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. War mal so eine Vermutung. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Neuer Bogen. Ich habe den alten Bogen so gut, so schön verbessert. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Ich bin mitgekläblich. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Deacon Training. Broke out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Diesmal kann sie nicht gewinnen. Sie kommt nicht vorbei. Das ist unmöglich. Es liegt an uns. Siehst echt nicht gut aus. Okay. Okay. Und... Ah, mit dem Mausraus. Wo bleibt die Verstärkung? Ist einer von euch hier durch? Ich habe hier abgeknickte Äste. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Wir erleiden verlustet. Zugriff. Falsch geordnet. Ich muss meine Punkte entlassen. Ich nicht zurück. Hau lieber ab. Auch das, was ihr könnt, kann ich schon lange. Ich muss nur... Ja. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Was ist passiert? Verdammt! Scheiße! Scheiße! Sie hat keine Chance. Da ist die andere Leiche. Ist einer von euch hier durch? Ich habe hier abgeknickte Äste. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Okay. Braust du Hilfe? Scheiße! Das ist das. Das sind zwei Tage Zeit, das ist. Scheiße! Ja, scheiße! Ja, wof! Was ist mit mir? Oh! Ruff wird gleich hier sein. Aufpassen! Ihr seid vielmehrer. Ruff zusammen. Findet sie. Sie gehört uns. Wir erleiden Verluste. Verstanden? Waffenbereitheit. Verflucht. Ich seh mich lieber mal um. Gut, sammeln. Schießt bei Sichtkontakt. Verteilt euch und bleibt wachsam. Dann ziehen wir's los. Bleibt zusammen. Findet sie. Okay. Bringen wir's hinter uns. Mann ab Boden. Dafür wird der Mörder bezahlt. Den Göttern. Ich muss die Sünder drauf nicht vorgehen. Wir aufpassen. Wir haben wieder gepasst. Das wird nicht raus. Feuer einstellen. Die Kraft fließt weg. Was hat da vor? Was hat da vor? Feuer einstellen. Ich glaube, sie ist weg. Tja. Sie ist weg. Hast du erkannt, dass du keine Chance hast? Kraft ist wieder da. An meiner Position. Ja, das ist klar. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Hey, bist du okay? Oh Gott. Ach, schluss. Ach, schluss. Wo hin geht's ihm noch gut. Hat das nicht in den Röntgenklingen. Ich bin sie schmerz. Oh Gott. Sie hat Besuch. Hör mal. Sie sind weg. Der Stoß ist weg. Oh Gott. Mein Dordent. Sie hält nicht mehr lange durch. Verdammt. Magazinreiße, dein Team ist so gut wie aufgerieben. Sichert mich, ich lerne es. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Ja, ist klar. Geht's. 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 Was ist das? mein holz und zweiter habe ich alles noch einstecken ich habe mein holz ja komm such ja 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 ich glaube ich habe sie oder nein waren immer nicht alle ich sehe hier aber keinen mehr sprechen da ist noch einer ja 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 okay habe ich jetzt wieder meine Ruhe Jonah Jonah bitte kommen bitte er wird nicht antworten Lara was er ist tot jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten deren Tod du verschuldet hast aha leck mich rock wenn du seine Leiche holen willst dann geh zur raffinerie ich komm und hol dich hmm ich habe das ziel erfasst schätze und wieder einmal und wieder einmal ja 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 No! Ich habe mir keine Feuern. Verstanden? Man geht nicht auf. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Ich bin die Einzige, die war's. No. Ah! 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 Das ist ein Wettbewerb. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rourke. Gute Nacht. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgebildet. Schiff. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Hier ist Cardinal 2. Ich bin getroffen. Schenk dir die Position. Das ist eine Seite. Rourke hat ein Geschenk für dich. Da gelassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Das hier wieder. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel ich Position. Bist du immer noch bereit? Bist du immer noch bereit? Ja. Brennt, brennt, dann brennt. Hier ist Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Blei am Boden. Blei am Boden. Seid am Boden. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Hier ist Cardinal 2. Ich bin getroffen. Checkt die Position. Achtung! Das hier wird P-Tool. Und zwar sehr. Das gibt's doch nicht. Du kannst dich nicht verstecken. Da kann ich mich tatsächlich nicht verstecken. Da, wo ich mich verstecken kann. Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Ich bin ein. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Und? Meine Stimme ist das Letzte, was du je hören wirst. Scheiße! Kommen wir zu! Doch deinen Treffer verkraften wir nicht! Was ist das? Was ist das? Meiner! 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 Wir müssen uns nicht mehr tun! Na, endlich! Was ist das? Sie war etwas erzürnend. Bisschen angepisst. Was? Was? Ich mache alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Joan? Wie war der Hinweis, Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt es einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht es da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Das weiß ich leider auch nicht. Jetzt hätte ich auch fast Pipi in den Augen bekommen. Aber nur fast. Errungenschaft freigeschaltet. Das Herz der Schlange. Wir haben ein Auto. Das ist sie. Die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Und ich werde jetzt hier die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.